Offenheit, Kommunikation und natürlich auch dem guten Essen. Das ist witzig, interessant und das ist immer was anderes. Essen, trinken, feiern. Spaß und eine dicke, fette Party und viele coole Leute. Super Social Event. Lecker, lustig und Alkohol. Also der Abend ist strukturiert in drei Gänge. Es gibt eine Vorspeise, eine Hauptspeise, eine Nachspeise. Dieses Mal eine Afterparty in der Fabrik, Summerfeeling. Man arbeitet in Teams zusammen. Das heißt, jeder meldet sich zusammen mit einem Partner an und kocht dann einen dieser drei Gänge. Wir weisen ihm diesen Gang zu und dann kommen zwei Teams zu ihm zu Besuch und werden von ihm bekocht. Bis zum nächsten Mal.